hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten roblox video und natürlich wünsche euch allen schon mal frohe silvester ihr hattet natürlich ich hoffe ihr hattet schöne silvester und einen guten rutsch ins neue jahr und an dieser stelle möchte ich euch nochmal bei euch bedanken danke sehr an zehn abonnenten wirklich sehr sehr gut deswegen kommt heute auch kommen heute auch zwei videos online statt 1 das ist also kleine special video und heute mit smash moin moin und wenn ihr heute pic is light spielen und müssen uns einfach entscheiden welche wir nehmen ja hier steht immer eine frage da müssen wir immer eine antwort gucken und dann werden wir mal sehen ob es richtig ist falls euch dieses video gefällt dann lasst auch gern wieder ein like da und abonniert mich wenn es noch ich habe noch nicht sagen legen wir direkt los mcdorps oder bergen das ist eigentlich klar wir rutschen immer zack so und das war sich eine eindeutige entscheidung so jetzt wo ich hier lang ah nicht hier okay zwar jeden fall jetzt müssen wir wahrscheinlich hier du ich hier ist auch nach hier okay warte du kannst schon mal anfangen so okay was willst du lieber erst und dann was also essen kommen 24 minuten und fünf sekunden ja glückwunsch an dich so wir gucken mal ist das richtig und es ja es ist richtig wir machen wir das okay smash es auch hier so zack jetzt hier hoch und mal gucken okay die nächste frage was wir besser fliegen durch die luft oder arzt nur unter wasser ja ich würde ja und ja das war auch die sie sollte nicht diese was das ich finde flüssigkeit egal was berühren so da nehmen wir das eindeutig so jetzt hier lang ja perfekt die die hinterzimmer brauchen deine stimme okay anscheinend brauchen wir irgendwelche stimmen egal das machen können wir später machen diese ganz schön hohen stufen ja klimmen okay wenn man einen becher auf einen schrank auf bewahrt wie ist das richtig ja so natürlich ja natürlich klar warum sollte man das nach unten machen vielleicht gibt es auch welche die das machen aber ja wenn ihr so einer dann könnt ihr es auch gerne mal in die kommentare schreiben oder ob es hier noch ein paar zwei geben soll wie wir hier noch mal uns entscheiden so hier zack es war eine ganz eindeutige entscheidung jetzt sagt jetzt über diesen ja was ist das eigentlich ein riss im boden warum es in den backrooms ein riss im boden kann man das meine erzählen so was willst du ja okay das zack hatte ich auch was ist das mein kumpel warum bist du hier auf einem stuhl der hier irgendwo random in den backroom steht weiß ich nicht egal wir gehen direkt weiter zack also hier was wirst du lieber zu erst hören die schlechten nachrichten safe erst verschichtet dann das online sind wir in unserer fahrstelle und wenn wir dich anschließen was ist das juli ist einfach so drache jung der b ja das okay hat uns einfach mit feuer ja verbrannt jetzt müssen wir noch mal okay daneben die guten nachrichten so zack die nachchen ja ist richtig so smash wartet bestimmt so zack 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 jetzt hier sind hier einfach Leser direkt und sterben zack zack so hessische Okay, wie nennt man diese Sportart? Das ist natürlich easy. Ich warte mal. Warte! Ja, ich warte natürlich. So. Natürlich Football. Wer weiß es doch nicht. Zack. Ja, aber eigentlich heißt es ja... Zack, also zack, ne? Aber irgendwie... Ja. Es kommt halt immer auf die Stimmen an, wie viele das entschieden haben. So, jetzt hier über diese beiden balancieren. So, zack. Okay, hier. Was wäre besser, eine Zeitmaschine oder eine Teleportmaschine? Ich würde zack, 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 zack. Ich muss sagen, falls ihr auch dieses Spiel spielen wollt, dann... Oh, das ist natürlich eine... Was kam zuerst? Das Huhn oder das... Das ist natürlich eine Frage, die niemand weiß. Ich würde einfach mal sagen... Nein? Ja, ich würde das Huhn sagen. Das Huhn, das Huhn, das Huhn. Nein, falsch! Ja, das ist richtig. So, und... Oh nein, hier ist einer, der wirft dich mit Burgern. Jo, deine ganzen Burger. Ich dachte, die sollen verkauft werden. Äh... Ja, okay, dann nehme ich... So, jetzt hier eben lang. Ja, man kann halt auch nicht alles richtig haben. Wir haben das natürlich auch noch nie gespielt. Und deswegen... So, dann nehmen wir eben das Ei. Aber eigentlich könnte das Ei nicht theoretisch beides sein. So, zack. Ja. Jetzt hier hoch. Okay. Wie lang ist das hier eigentlich noch auf jeden Fall? Könnte das hier vielleicht wieder XXL werden? Okay. Weltwetter ist besser. Natürlich heiß. Easy going. Wer weiß es nicht. Was? Äh, Null. Was? Was? Äh, ich bin hier irgendwie in einem Weltraum und jetzt... Hä? Hey, ich bin... Wie? Das ist ein Dube von mir. Das ist... Was? Ich bin einfach getötet. Als wenn einfach kaltes Wetter besser ist als heißes Wetter. Also schreibt gerne in den Kommentaren, welches Wetter findet ihr besser? Eigentlich ist es ja klar, da ist irgendwie ein Fehler oder so aufgetreten. Aber na gut, dann eben kaltes Wetter. So. Mann, ich komme ja nie durch die Lücke. Also hier. Dann warten wir mal auf Smashy. Übrigens hat Smash auch einen Likey-Kanal. Der heißt Toastbro2. Da kommen immer auch täglich oder so Videos online. Auch irgendwie so... Ja, erzähl mal so, welche Videoart das so ist. Keine Ahnung. Irgendwie immer verschieden. Irgendwie so Tanzvideos oder so. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. So. Bessere Form der Kommunikation. Oh nein. Ja, okay. Hier würde ich sagen... Ja, okay. Da kann natürlich mehr Informationen über den... Äh... Piep. Genau. Was? Oh. Das sieht interessant aus. Ich will warte mal auf Smash. Gucken hier mal. Was können wir hier? Freunde. Anni, ich kann nur Freunde einladen. So. Hier kann irgendwas... Nee, das wollen wir... Okay. Das machen wir lieber nicht. So. Exist hier. Es heißt, dass der Aus... Das ist der Ausgang. Kannst du ihn testen? Ja, wir können ihn testen. Und... Jo, wo sind wir denn hier? Irgendwie... Ach, das ist so ein Schimmel oder so. Ja. Oh Gott, das ist... Der nutzlosen Schlüssel. Hä? Ist das? Okay. F... Warte. F12? Ach so, das sind... Bei der Tastatur so. Boah. Der nutzt... Ja, ei. Den kenne ich nicht. Äh... Boah, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kenne mich da halt nicht so aus. Ich bin irgendeine Scheiße. Was? Ey. Nein, okay. Ich bin falsch. Okay, was? Ich bin richtig. Boah. Nein, hier ist... Oh Gott, hier ist ein ganz großer... Ja. Jo, okay. Wir nehmen hier... Okay. Das ist anscheinend die... So, wir rutschen hier runter. Let's go. Jo, die Rutschen sind ja viel länger. Aber man hat jetzt... Man hat jetzt hier drei Entscheidungen. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. So, bestes Trollgesicht. Ah, ja. C safe. Wow. Also, wenn C nicht ist, dann... Ja. Äh? Also, so eine klare Abstimmung gab es, glaube ich, noch nie. Es ist ja mal ganz klar C. So. Mal gucken. Okay. Gruseligstes Monster. Das müssen wir jetzt ja Wehrwölfe. Aber ich weiß ja nicht bei anderen, ja. Weil ich finde das schon ein bisschen nicht so... Boah, ich mach mal... Ich mach mal Wehrwölfe. Ich mach mal Wehrwölfe. Und sind es Wehrwölfe? Und... Nein! Okay, was wir uns hier erwarten im Aufzug? Ich mach mal Wehrwölfe, Zombies. Oh. Hier ist irgendwie Piggy oder so. Nein! Zombies ist richtig. Zombies? Als wenn Zombies guselig sind. Schreibt es in den Kommentaren, findet ihr Zombies guselig? Egal. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal die letzte Entscheidung. So, ich rutsche auch mal eben nur zwei Zombies. Ach ne, wir sind gar nicht gerutscht. Lust. Und... Bum! Alter, sogar gar nicht mal so... Ja, schon ziemlich klare Entscheidung. Irgendwie in diesem Schwimmbad ist so irgendwas krank. Einfach... Und... Okay, jetzt die letzte. Okay. Das beste Instrument. Eine Trommel. Ein Klavier. Also ich finde Klavier am besten. Ich würde auch mal so Klavier sagen. Und... Ja, Klavier ist... Ja, okay. Okay, dann rutschen wir eben noch hier. Falls ihr noch einen zweiten Part wollt und wollt, dass ich mit Smash hier dieses Spiel durchspiele und am Ende alle Entscheidungen richtig getroffen habe, dann lasst ein Like und ein Abo da und abonniert mich, falls ihr es noch nicht habt und schreibt es gerne in die... Oh, hier ist ein Secret. Ah, ne. Und schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch mit Smash machen sollen. Das wäre jetzt schon das... Ja, okay, komm. Eins noch. Sei... Okay. Stein, Papier oder Schere? Ah, Stein. Ich nehme irgendwie da immer Stein. Ich nehme immer Stein. Ich weiß nicht warum. Und... Ja. Stein. Okay, dann sind wir jetzt hier aber wirklich im letzten... Ich habe ja schon den Abschluss gesagt. Und Smash verabschiede ich auch mal eben. So, hier ist noch eine Rutsche. Tschüss. Tschüss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.